hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von diesen vier mit unserer legacy challenge ja und jetzt ich zeig euch mal ganz kurz aus heiraten wir beziehungsweise finn und janet heiraten endlich so ich habe hier mal so ein kleines grundstück runtergeladen könnt ihr mal ganz kurz schauen so ungefähr müsste das ja passen so ja es funktioniert okay mal ganz kurz schauen was steht hier also ich habe sie mir noch nicht angeguckt so wirklich aber erst einmal können wir hier auf jeden fall den hochzeitskuchen hinstellen genau der steht da denke ich auch erstmal ganz gut oder steht er gut an der steht nicht wirklich in der mitte glaube ich das ist so das problem steht hier gut du musst ach so ich muss erst vermittelt sein stimmt ja so dann würde ich sagen können wir zusammen erst mal hier singen gehen und zwar mühsi zusammen mit allen die gerade da sind ich habe nicht so viel eingeladen als ich habe natürlich die tochter mit sophie und lara kann ich mit singen dann singt sophie mal mit nicht mit und kommt einfach hinterher gelaufen ich möchte aber einfach alle sims hier haben damit dann alle die hochzeit sehen das ist ja richtig schön und dann gibt es sollte noch ein fest essen ich kann ich ja mal ganz kurz erst mal die braut zeigen Lara bitte lass es versau nicht die stimmung und du wirst dann janet heiraten also du bleibst hier also du mal abends hin okay deine kleine cousine und deine große cousine wo ist denn eigentlich das wiki ja ja sie ist ja dann auch bald dran ach es ist so schön genau und deswegen bin ich jetzt auch gerade im haushalt von den anderen beiden nein lea bewegt dein lea lea du musst doch die hochzeit von deinem bruder mit angucken lea ja wiki ist auch draußen na toll na egal dann halt nicht du machst es ja wirklich sehr schön aber geht das jetzt nicht mehr oder warum nicht mehr dann wartet du heiratest sie also an sich ist ja scheißegal wer wen heiratet aber heiratet mal so nebenbei können wir noch einschalten und zwar vielleicht so ein bisschen barock okay was stimmt dort nicht kannst du ihn vielleicht heiraten okay ich glaube der auch zeitsbogen backt was stimmt denn hier mit dem bogen nicht muss ich halt einfach mal ein bisschen deko vielleicht entfernen ich dachte eigentlich das funktioniert aber nup doch eigentlich geht das hier ja ganz gut okay ganz kurz dann entferne ich mal diese laternchen hier davor vielleicht funktioniert es ja jetzt mal gucken so finden dann probier doch noch mal sie zu heiraten ach leute jetzt stellt euch doch hier nicht so an was passt denn jetzt nicht wo gefällt es euch nicht hinten vorne oben unten nein verdammt ich will das ding haben okay die dinger dort neben stören halt so ein bisschen schade eigentlich obwohl vielleicht kann ich ja noch so ein bisschen hinter vielleicht stellen und vielleicht dorthin damit die halt nicht so sehr im weg stehen und das ding kann ich ja vielleicht hier so an die seite stellen sowas steht noch eigentlich ziemlich viel ist halt so wenn man die ganze deko entfernen muss aber egal es soll ja auch funktionieren mit den heiraten deswegen so funktionieren ja ne okay was funktioniert jetzt auch das lämpchen dort neben noch so jetzt funktioniert jetzt dürften sie eigentlich nicht mehr rumzingern sieht zwar nicht mehr ganz so schön aus aber jetzt müsste es funktionieren und finn wenn du jetzt noch rumzickst dann bin ich wirklich sauer aber er scheint nicht umzuzicken wieso ist das dein ernst warum geht denn das denn hier drin ich höre mich langsam wirklich ob es an der deko lag oder einfach an was anderen im notfall stelle ich das ding jetzt halt einfach nach draußen ins freie das ist hier eigentlich auch eine ganz schöne atmosphäre drin ist es um einige schöner aber es funktioniert ja auch so weil dann müssen wir alle noch mal zusammen dann singen wir hier noch mal zusammen müßlich ganz kurz es muss ja irgendwie funktionieren so alle nach draußen bitte ich kann ja dann auch gleich abbrechen dann gleich anfangs heiraten aber seit wann sind sie denn so begeistert so ich hoffe es funktioniert jetzt ich muss dann vielleicht beim nächsten mal eine andere location runterladen obwohl mir die eigentlich sehr gut gefällt so Finn hast du denn jetzt los zu heiraten oder stört dich was an Jeanette doch jetzt geht's mein Gott wenn Finn sich den Weg durch die Leute Menschenmengen gebracht Lara hat dein Sohn heiratet unglaublich dieses Mädchen und Finn muss noch das Klo da ist die einfach so drinnen ja Hauptsache sie tanzen erstmal ein Würstchen ja ich hoffe sie nimmt den Namen an weil ich möchte dich so viel umhindern ja ich hoffe sie nimmt den Namen an so und jetzt sind sie verheiratet ähm ach so stimmt ja in Sims geht das wenn ich mal mit den Nachnamen annehmen oder? ne stimmt das ging ja nicht mehr das muss ich ja dann so ändern aber das krieg ich auch noch in das Fassi wird bald eine Plau sein so Finn die Leinchen und du kannst erstmal ganz schnell die Toilette benutzen vielleicht und ihr beide wart die ganze Zeit hier drinnen so ich würde sagen wir gehen dann auf jeden Fall erstmal den wieso können wir die nicht anschneiden muss ich denn mit einer Tegelbüffe nein ich wollte nicht ah verdammt ok ganz ruhig ah meine Sims haben geheiratet sehr schön und es werden auch noch ein paar Hochzeiten folgen ich meine es sind ja ein paar mehr Kinder gewesen und dann sehe ich es ja auch ganz schön wenn alle heiraten so nach und nach so ähm Hochzeitstorte anschneiden also muss halt nur Finny wieder kommen ja Finny gehst du rein? Finny geh tanzen dann geh halt tanzen na aber erstmal schön die Hochzeitstorte aufzeilen jetzt haben sie hier wenigstens genügend Platz das ist ja auch süß das Bild genau und eigentlich habe ich hier auch noch so ein bisschen Feiertage gemacht und deswegen gebe ich hier erstmal ein kleines Geschenk und zwar gebe ich hier einen Fotoabzug von ihren Eltern das ist bestimmt schön das kann ich ihr auch geben obwohl jetzt Hochzeitsgeschenk sollte ich mir bei ihr was schön aus einfallen lassen ups das sollte ich jetzt nicht warte wir gucken gleich auf die Reaktion der nein was mache ich denn ich will ans Handy so Geschenke kaufen ihr hat's gefallen auf jeden Fall ähm so was kann ich denn Janet schenken ähm ja vielleicht ne Tulpe ne Tulpe ist doch schön wir sind erstmal dankbar bei achso Boss nachmachen ich darf grad mit dem Boss einschleimen seit wann ist Janet dein Boss so aber sie kann dann auf jeden Fall noch ihre Dankbarkeit zeigen nähen sie ihnen einen Karton nein du schenkst ihnen keinen Karton du schenkst ihnen dann die Tulpe zurück oh wir könnten ja auch eigentlich noch Essen auflegen ähm alles servieren damit die Gäste auch was zu essen haben und sie möchte auch noch was schenken dann könnte sie ja der Mama das Bild einfach schenken einfach meine Simpsons kreativ sind und sie sich immer Sachen hin und her schenken oh das sieht aber teilweise wirklich gut aus so dann wollen wir hier aber auch noch unsere Dankbarkeit zeigen würde ich sagen und dankbar sein und dankbar sein Erik kannst du auch schon nicht ich find's interessant wie sie zu dieser Musik so extrem tanzen können also so mal solche Tanzschritte machen können so und Janet möchte auch noch jemandem was schenken dann schenkst du Finn jetzt die Tulpe zurück und zwar die Tulpe auf jeden Fall können wir das ja auch noch irgendwo zuhause hinlegen so den Kuchen drücke ich mal in den Kühlschrank rein kann ich den ja nicht reintun scheint grad niemand mehr essen zu wollen ich glaub das Essen dort eigentlich an sich na gut dann drücke ich den Inventar rein ich weiß nicht ob irgendjemand sich hier noch was zu essen nehmen möchte von den Gästen ach doch Lara hat sich was genommen sehr schön wenigstens eine die hier was isst und sobald die Hauptsaysay zu sein oder vorbei ist können wir dann auch mal zu den beiden oder zu den dreien in die Wohnung fahren und hier seht ihr nochmal schnell halt ich find das Kleid so schön ich kann's ja nochmal von hinten zeigen weil man's noch nicht gesehen hat das ist so rückenfrei generell sehr sehr schön so du kannst dich ja vielleicht mal Vicky vorstellen weil sie kennst ja noch gar nicht so seid ihr auch die zukünftige Frau von wie im Sein so wie ihr könnt verstehst du mich eigentlich gar nicht so gut und mit Jay Jay kennst du nicht mal mehr wieso kennst du Jay nicht stell dir mal Jay vor du solltest wenigstens den Vater deines Mannes kennen und den Opa seines Kindes das wäre denk ich gar nicht mal so schlecht hä wer hat denn jetzt Geburtstag Niemand ich glaub die sind noch grad ein bisschen auskostet aber du hast immer noch kein Geschenk gemacht dann schenke ich ihnen ne angegessene Hochzeitstorte kommt das gut an ich glaub nicht oder dann schenke ich der kleine Trülpe komm ähm dann bekommst du eine Torte das kann ich ja kein Geschenk geben hier ach übrigens was die Cam angeht ähm ich hab eine Abstimmung gemacht und das Ergebnis war Hälfte Hälfte also manche wollten es nicht aber genau so viele wollten es auch deswegen mach ich das jetzt so dass ich also ich hab mir auch vorgenommen die Legacy Challenges häufiger zu streamen also häufiger einmal im Monat vielleicht und diese Sachen werd ich dann mit Facegemacht und die folgen weiterhin ohne Facecam ähm hast du jetzt das Geschenk gegeben ja hat sie sehr schön und dann haben wir noch eins achso ja gut aber wir sind jetzt eigentlich schon hier an sich geht es jetzt einfach nur darum noch ein bisschen zu plaudern so ein bisschen zusammen zu kommen ja hat er auch noch was gegessen und das können sie auch gar nicht ich meine das Buffet ist ja wirklich sehr groß vielleicht kann die kleine Mauslich auch noch was zu essen nehmen vielleicht noch ein paar paar Mandelmakron ist ja vielleicht ganz nett so etwas Kleines noch zu futtern kann eigentlich irgendjemand Klavier spielen ich glaube nicht oder Finn du konntest kein Klavier spielen auf jeden Fall wenn ja dann nicht so gut ah Klavier Klavier ne du konntest Geige so ein bisschen aber ich glaube Eric hat mal so ein Kindesalter so ein bisschen Klavier gespielt aber auch nicht wirklich viel was schaust du dir denn da an ok du könntest dir von sich eigentlich auch was zu essen nehmen 33 Tage haben wir noch jetzt auch noch eine ganze Ecke und sie wird dann 21 Tage zum Teenager so wer ruft an Herzen mit 21 Stimmt verdammt ich hab Janettes Eltern nicht eingeladen ah verdammt 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 ah hm hm einladen und Candy auch Candy ist hier oh Mist das hab ich ja komplett vergessen das ist natürlich ungünstig dass ich ihre Eltern nicht eingeladen habe das war natürlich jetzt nicht sehr schön ah egal passt schon ich werde so aktiv jetzt nach der Folge sowieso nicht mehr in ihr Leben eingreifen sondern sie einfach vor sich hin leben lassen und gucken was noch so passiert es wäre schön wenn man so langsam miteinander tanzen könnte wie in Sims 3 es war wirklich schön so wir können mal über Hochzeitzeit singen aha die Kleine macht Sport wie wirst du denn drauf also auf einer Hochzeit ein paar Sit-Ups machen sportlich sportlich die Kleine hat sie von den Opa der macht ja auch eigentlich Walssport der macht ja auch eigentlich Walssport der macht ja auch eigentlich Walssport er begann an zu singen so und die kleine süße Sophie sie ist auch richtig eine süße kleine Maus hab ich ihr nicht Wimpern gegeben oder hab ich die wieder weggemacht ich weiß grad gar nicht wie heißt du eigentlich mit Nachnamen blau ja sie heißt blau man kann sein dass sie auch schon blau genannt habe wir machen erstmal auf jeden Fall ihr Kompliment über das Aussehen das haben wir heute noch gar nicht gemacht er sieht ja wirklich sehr sehr hübsch aus und dann sind wir jetzt offiziell verheiratet das ist ja auch schön wieso mag er jetzt nicht mehr über sie reden und wieso sind sie jetzt da warte das fängt nicht so gut an wirklich ach dann ist auch da oh oh der tanzt gut gelaunt noch mitleidermusik jetzt hab ich grad einen Gedanken im Kopf gehabt den ich vergessen habe eigentlich Mausi hättest du hier draußen auch ein bisschen schaukeln können und ein bisschen spielen können guck mal hier stehen voll viele Summs draußen aber irgendwie zieh meine Summs jetzt teilweise den Regen schon mal auf obwohl es nicht mal regnet ich muss dann auch mal gucken wie ich das dann weiterhin mit den anderen mache also an sich möchte ich Lea und Eric jetzt erstmal nicht so schnell heiraten lassen ich muss einfach mal gucken wie sich das mit denen entwickelt und wie es so weiter geht und dann einfach mal sehen eigentlich möchten wir ja auch nicht mehr so in das Leben der Simms ein bisschen sie sind jetzt erstmal zu den Familien von ihren Partnern gezogen die sie haben und ja vielleicht baue ich ihnen nochmal ein eigenes Haus und eine eigene Wohnung und mal schauen aber wir sehen ja erstmal jetzt gleich die Wohnung von Finn Chanet und Sophie deswegen gehen wir jetzt erstmal alles zum Nachhause und dann kann ich euch an sich auch erst einmal die Wohnung zeigen die anderen können wir einfach hier lassen die können ja dann aufräumen weswegen wir noch niemals als letzte oder eigentlich ist gar nicht so schlecht als erstes eine Party zu verlassen wenn man dann selten beim Aufräumen helfen muss deswegen immer die Ersten sein oder mit einer der Ersten sein muss ja nicht so viel früher gehen aber halt dass man halt vom Aufräumen und diesen ganzen anderen lästigen Tätigkeiten befreit ist ist das glaube ich ganz nett so aber schauen wir erstmal ob die Wohnung überhaupt noch steht aber ich glaube ich habe fein aufgeräumt an sich ist in der Wohnung auch schon Platz für einen Hund aber das habe ich ja schon angekündigt weil er ja auch bald Nachwuchs bekommen wird und da will ich ja auch noch gucken ob also ich will ja einen weiblichen Hund wieder haben einfach damit ich weiter die Legacy fortführen kann deswegen werde ich eigentlich auch immer einen weiblichen Hund haben aber wenn wir zum Beispiel zuerst mal einen männlichen Hund kriegen könnte ich den zum Beispiel an Finn und so abgeben wenn nicht dann füge ich einfach einen Hund in die Familie hinzu das ist ja dann auch kein Problem wenn man sehe ist die Wohnung auch auf den Hund ausgelegt ne kurz der hat einen Napf und ein Bettchen aber ja gut oh die Kraft des Vodos und Gladys Green möchtest du jetzt wieder weiter gehen oder möchtest du noch länger laden sage es mir jetzt oh es funktioniert also ich höre die Musik das heißt es dauert nicht mal zu lange und dann können wir noch eine kurze Wohnungstour machen die ist auch gar nicht so groß ganz kurz oh ja die kleine Maus muss immer auf den Ohr Finn ist gerade oder will gerade duschen auf jeden Fall kommt man hier hinein dann ist man hier schon direkt in der Küche und im Wohnzimmer hier ist ein kleiner Herz und wir gehen jetzt hier mal kurz Finn stalken und bespannen denn hier ist das upsala man sieht ja gar nichts ah ich bin verwirrt wo muss ich hin hier ist das Badezimmer genau jetzt bin ich auch in der richtigen Ansicht genau hier ist die Dusche mit einer Waschmaschine hier ist die Toilette das Waschbecken alles nicht ganz so spektakulär hier drin ist das Zimmer der Kleinen so ein süßes kleines pinkes Mädchenzimmer das ist wohl die andere Tür die dementsprechend ist das Zimmer von Finn und Janett und genau hier haben die kleinen äh hier haben die beiden ihr reich und hier draußen ist dann noch ein kleiner Balkon wo man noch ein bisschen grillen kann und sich einfach so ein bisschen hinsetzen kann und in die Stadt schauen kann und das Stadtgeschehen so ein bisschen beobachten kann so du musst jetzt mal ganz kurz warten bis Papa mit Duschen fertig ist und danach kannst du dann auch gleich auf die Toilette gehen aber ihr beide macht das auf jeden Fall neun Tächtermächtel genau das könnt ihr gerne tun und du Mausi kannst jetzt auf die Toilette gehen und danach kannst du dann auch schlafen gehen so die Musik mach ich aber auch schon glaube ich die Rechnung obwohl ihr eigentlich mehrt wozu habt ihr so viel Geld na gut Janett ist ziemlich gut als Ärztin unterwegs seht ihr schon Assistenzärztin und Finn ist Level 3 Assistent ist Geschäftsleitung na mal gucken vielleicht geht ihr ja noch ein bisschen höher gut aber ich würde mich jetzt an dieser Stelle auch erst einmal von euch verabschieden vielen lieben Dank fürs Zusehen wenn euch die Folge gefallen hat würde mich sehr in der Postleitung freuen nächstes Mal sind wir dann wieder bei unserer Hauptfamilie und machen dort weiter ich wollte ja einfach nur mal einen kleinen Abstecher hinein machen und ja wir sehen uns bei denen und sprechen beim nächsten Mal wieder bis dahin Ciao Ciao